wir kommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute wieder among us folge 15 leute wir fangen nicht lange drum herum wir sind ich bin back mit among us folge 15 und wir gehen direkt in eine lobby rein wir nehmen am besten einfach mal die hier ein paar leute drinnen warum bin ich jetzt blau oder was ist da passiert egal leute wir starten durch hier können wir irgendwann genau hier können wir uns jetzt hier kann ich jetzt anderen freundes einladung schicken und so ja okay das spieler kann man halt hier auch machen alles ist halt alles ich bin gespannt denn ich habe lange 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 kein am on us gespielt ich habe keine ahnung ob sich die maps verändert haben ich habe keine ahnung ob weiß ich nicht hier sich was verändert hat im game ich war so lange nicht mehr in der morgen aus drin also ja weiß ich irgendwas nicht mitbekommen der von den neuen sachen oder so dann schreibt es mir einfach gerne mal in die kommentare damit ich weiß was irgendwie neu ist oder so wir gehen direkt mal hierüber downloaden uns jetzt 30 videos ja ich bin krank tot ja ich bin tot das spiel wirklich so leise annehmen mein kopfhörer war nur so leise gedreht natürlich wer hat mich jetzt umgebracht der hier ne ja 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 ich bin krank tot egal das hier was so das ist das ach schon das ist das ist ja immer noch genau das kenne ich ja auch noch ich weiß gar nicht wo bin ich welches level bin ich ich kann mein level nicht sehen aber ich kann an die kann ich nicht ich kann nur darauf tastenbelegung was tastenbelegung ändern dann geht das denn dann geht das denn ja danke danke nein ich wollte es doch an damit machen dass damit machen dass damit ich ich weiß gar nicht auf wieviel im post das ich gerade eingestellt habe ich glaube aber auch standardmäßig 2 jetzt ich auch noch ein ja also man merkt ich habe lange keine armen aus der gespielt ich weiß immer noch wie die aufgaben gehen aber so gut vorstellen dass jetzt hier muss ja eigentlich wundern warum die box unter meiner facecam frei ist das ist eigentlich eine chatbox aber die ist gerade nicht drin ja die ist gerade nicht aktiviert die wird doch wahrscheinlich erstmal die aktiviert bleiben denn der nächste stream ist erst samstags sind aber auch glaube ich in der videoschreibung werde ich nämlich noch mal eine extra dinge zu machen der extra kommen extra extra absatz zu einer externen extra abschnitt und dann so stream termine da werde ich dann alle streams reinschreiben die kommen mit uhrzeit und auf welchem kanal ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben wie euch der live stream gestern gefallen hat der der live stream vom stummelgeist würde mich mal sehr interessieren ob der euch gefallen hat krass 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 timed raus übersprung danke schön einfach rett Das kann ich nicht machen. Da nochmal hin. Es ist schade, dass man nicht so TP-mäßig zu den anderen Leuten hin kann. Das ist halt echt schade. Meine Aufgaben fertig, ne? Da können wir jetzt ein bisschen rumgucken, was so die Leute machen. Gehen wir hier am besten in Guild-Tierre hin. Ja, hier sind ein paar Leute. Irgendeiner Faxe macht hier. Bleiben wir hier bei dem Lukas764. Was? Hast du das? Was für Geräusch gerade? Habt ihr das in der Aufnahme? Habe ich das in der Aufnahme drin? Ich weiß es nicht. Ja. War das da. Mhm. Er ist jetzt tot. Ich weiß gar nicht, wer mich gekillt hat, aber ich glaube, wer mich hat Theo gekillt. Nein, der ist tot. Hä? Okay. Nicht der weiße. Emma 764. Ah, hä? Halt zwei Leute 764 im Namen? Tatsächlich. Hier Lukas764 und Emma 764. Krass. Hä? Ich glaube, es sind Tan und Emma. Bruder. Es kann nur einer von den beiden sein. Aber auch egal, Digga. Ah. Pfff. Einfach zwei Emma's Land. Ja. Ist krass weg. Ist krass weg! Köst! Wow, was? Krass. weiss von der witz immer ganz hier rein einfach ein posten aber doch rein lasst das auch privat weil ich will nicht einmal ganz kurz mal da ganz gut sind ich habe auch schon etwas zu tun ab dem Koffer auf und Schädel der Jürgen und diese Hörner und so ein Boppel ein Mensch der Arnie Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne mal ein Like und ein Abo da, schaut gerne in die Videobeschreibung, da stehen nämlich alle Streaming-Termine der kommenden Streams dran und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bis denn, bis ich. Bis zum nächsten Mal.